Ein herzliches Hallo und Willkommen hier aus dem Schweinestall von Park Steampunk. Immer noch mit der Riesenpflanze da oben. Das gibt's ja wohl gar nicht. Aber bei mir spinnt sie gerade nicht. Das gibt's ja wohl gar nicht. Jetzt gehen sie nach oben hier. Wie krass. Also immer noch mit Riesenpflanze und auch mit Danu und Xa. Hallöchen. Hi. Von deinem schwangeren Schwein. Ich hab das mal gescreenshottet. Erinnert mich mal dran, dass ich euch das schicke. Ich hab's in deinem Video schon mal gesehen. Nee, das ist anders. Das ist beeindruckend gut. Schade, jetzt ist weg. Super. Ja, und wir haben einen schwangeren Coach noch immer. Der hat schon ein bisschen was gelegt, aber das ist nicht das, was wir wollen. Wie weit ist er denn, Coachy Boy? Ich hol mal ein Kopierchen. Coachy Girl. Oh, guck mal, es stapelt sich. Oh. Das ist das, Coach. Coach, hör auf, hör auf. Wollen wir ein bisschen Dünger machen, oder wie? Ja, ich dachte, bei dem Namen muss er doch mal zeigen, was er kann. Der Coach kacke. Ja. Muss einmal hier. Oh, noch einer. Genau, komm. Gleich überladen mit Scheiße. Sehr schön. Wir haben alle noch unsere tolle Frisur. Ja. Unsere Mähne. Anders kann man das nicht nennen. Ich finde das äußerst komisch irgendwie. Schauen, ob wir noch Platz haben hier. Jawohl, wir können wieder einiges rein tun. Wo? In die, in die. Ach so, ja. Hast du noch Möglichkeiten, Fetch zu holen, zu organisieren? Ja, hab ich. Dann lass ich überall einen Platz frei. Noch. Okay. Wechsel haben wir, oder? Äh, fragst mich jetzt zu viel. Ich mein, bin gerade im Menü. Ich glaub. Äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, sieht so aus. Wunderbar. Ne, 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 ne. Ne, ne, ne. Ich, ich, ich. Also halt. Ist doch eine schöne Folge. Wir fangen mit Mist an. Wir legen Kacke nach. Ja, genau. Das ist eine Scheiß-Folge, echt. Ihr wisst alles, was euch erwartet. Ähm. Wir haben euch vor, Quandt. Ich brauche noch eine Kacke. Kann doch nicht wahr sein. Dann hol dir die eine Kacke. Oh mein Gott, ob ich die hier finde? Nein, wird schwierig. Das wird echt schwer. Oh, Schiffstücke weitergegangen. Ja, es sind ja auch noch, es sind ja nur Schweinchen, da geht's ja zum einen relativ schnell und zum anderen sind es ja auch noch kleinlevelige Schweinchen hier. Ja, ja. Also insofern dürfte eigentlich da gleich. Naja, unser Coach ist Level 49. Mini-Coach da raus. Wo ist ein Coach? Ach, da. Ich habe ihn vor's Haus gestellt. Damit wir es nicht übersehen können. Ich, äh, sammle mal hinten ein, wenn da was rauskommt. Mhm. Ich bin aber schon ganz gespannt drauf, wer, äh, wer sich da vergangen hat an Coach. Ja, stimmt. Das sehen wir ja dann an, äh, an... Ja, an B. Wie sehen wir's? Im Stammbaum. Yay. Hier, Coach, Coach ist ein schneller, oder? Ja. Hm. Moment. Du levelst die noch Speed. Yay. Ach, geht noch. Da geht noch einiges. Ähm. Xa, was ist mit deiner Frisur? Ja, die ist, äh, abgefallen. Mhm. Dreckig gammelt. Ah! Wir müssen da was machen. Ja, das war die Folge. Also, ich kann dir auch noch ein bisschen so rumschlüsseln. Das ist ja kein Problem. Gibt die Bola weg. Ja, ich... Einmal... Zweimal. Ich müsste noch auf die Nummer sicher gehen. Da ist gerade so ein Koya mit Crossbau rum. Wir haben kein... Wir haben kein... Moshops-Ei. Wollen wir sie gerade noch verpaaren? Ja. Jo. Könnt ihr die holen? Ich hab jetzt die anderen Eier. Die lege ich schon mal hin. Dass die schon mal brüten können. Oh, wo sind unsere Brutstationen? Die war doch hier, oder nicht? Die haben wir, glaub ich, wieder eingepackt. Die haben wir doch wieder eingepackt irgendwo. Warte, ich schau mal, ob ich's will. Wahrscheinlich im Baugram dann, oder wie? Macht ihr die Moshops mal, ja. Dann such ich mal Moshops, ja. Die Eier brauchst du nicht suchen, die hab ich im Inventar, ne? Das weiß ich schon. Nein, aber ich such diese, ähm, diesen Legekorb da, da. Ich hab ihn schon. Wiegen die sich eigentlich noch beim Paaren? Ich denke schon, ne? Wollt. Das wissen wir nicht. Mal gucken, ob die... den, äh, äh, nicht den Schrederiken-Mann noch umbenennen. Da hattest du doch einen Namensvorschlag. Warte mal. Wir haben ein Problem. Welchen? Äh... Wenn ich das richtig sehe, haben wir zwei Männchen, oder? Ne, Moment, female, male. Nein, die haben Herzchen gehabt. Ja, Tatsache, die haben Herzchen. Aber... Wenn ich Wandering mache? Enable Wandering? Sie sehen, ich fahren. Enable Wandering? Ready to make, steht da. Ja, aber... Ah, jetzt gibt's auch Herzchen. Guck mal, Herzchen. Aber ich glaub... Ja, und sie rennen. Ja, und sie rennen. Es geht schnell. Es geht schnell. Ja, sie sind ja auch sehr klein gewesen. Ja, aber das wollte ich nicht vom Level abwenden. Oh, guck mal, sie mögen sich. Oh, guck mal. Halb durch. Äh... Ja, die rennen durch uns leider durch. Äh... Jetzt ist es aus. Oder? Jetzt ist es aus, okay. Ich bin eingeglaubt. Disable Wandering. Gut, ich schau mal nach dem Schweinchen. Äh... Ja, mach das. Disable Wandering. Ähm... Wie... Wo bauen wir den denn? Am besten baut sie ihn da irgendwo heraus normal, oder? Siehst du den Schweinekäfig? Wollten wir doch auch vergrößern. Dann können wir die Mallshops nämlich doch auch abstellen. Können wir tun, ja. Ähm... Ja, egal. Jetzt kommen sie erstmal mit raus, ja. So einen Paarungskäfig könnte man eigentlich mal bauen. Mhm. Bestimmt schon. Den man dann noch so ein bisschen separieren kann. Dann war draußen, oder? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Dass man den noch irgendwie so ein bisschen mit Wänden dann separieren kann, dass es größer oder kleiner wird. Genau. Wäre ja schon sinnvoll. Dann braucht Koya nicht immer Schiff umbauen. Ja, ich fand das aber praktisch da vorne an der Schnauze. Was mit Holz? Ich fand das praktisch, sag ich. Ist ja nicht schön. Also einfach... Ich fand das, weil da vorne hast du gleich die Verengung, weißt du? Ja, ja, klar. Aber wenn du dann unabsichtlich eine Wand setzt, so wie die Metallwände sind... Ja, der... Baryonyx hat ja noch gar keinen Namen. Ja. Darf ich ihn umbenennen? Ich hab da einen ganz tollen Kommentaren gesehen. Fand ich echt gut. Ja, wenn du da noch... Ja, bitte. Bin mal gespannt, welchen du gut fandest. Oh, nein. Nicht aussteigen. Und Koya hier, der Inkubator, wäre aber auch fertig für die Eier. Mhm. Ich pflanze sie gleich. Aber ich bin jetzt auf den Namen gespannt. Baryonyx? Ja. Das ist aber mindestens ein N zu viel. Oh, sind es drei Gehörden. Upsa. Baryonyx. 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 Ja, der ist okay. Ich hatte cool gefunden, da es ein Weibchen ist. Wie war das? Fischers Fritzinchen? Oder... Fritz... 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 Fritzinchen, glaube ich. Fritzelinchen, oder was? Fritzelinchen, ja, genau. Ich glaube, Fritzelinchen war es. Fischers Fritzelinchen. Mhm. War auch okay. Aber... Ist in Ordnung. Kann man so machen. Wir müssen da, glaube ich, was reintun. Ich glaube, hier musste Räucherkram rein, oder? Spark Powder, genau. Müssten wir noch haben. Ich hole mal. Hm? Aber Bary... Baryonyx ist auch in Ordnung. Auf jeden Fall. So, und dann gehe ich noch ins Boot und hole mal... Wollen wir ein Paarungshäuschen bauen? Ja, warum nicht? Nicht nur einfach ein Gehege, sondern wenn schon ein richtiges Häuschen, oder? Ja. Da ist doch Xa Chef für. Komm. Xa. Ich soll ein... Das kannst du doch. Das kannst du doch gut. Einen Freudenhäuschen bauen. Genau. So was ähnliches. Oh ja, das ist einer eilig nicht drin. Das muss doch nicht drin liegen. Meinst? Nö, nö, die hat man doch auch davor. Wir haben es das letzte Mal schön reinglickt. Ja, ich... Ich nehme es aber raus. Ich hätte es eigentlich lieber davor, weil wenn die dann schlüpfen... Äh, wo ist denn die Gates-Mitte hin verschwunden? Müssen wir eine neue bauen. Da haben wir ja jetzt die neue Gate-Mod. Aber in der Gates-Messie waren die ganzen Bausachen, oder? Nein, die habe ich rübergeklickt in die daneben. Ah, okay. Es ist nichts weg. Ich habe nur die eine Smitty wegnommen, damit wir wissen, wir brauchen eine neue. Einer von euch gelernt? Ja, habe ich glaube ich. Welche... Die Gates-Messie war es, oder was? Ja. Ja, Gates-Mitty. Heißt jetzt auch wieder Gates-Mitty? Nee, habe ich nicht. Habe ich noch nicht gelernt. Scheiben wir auch, weil die neue Mod ist, ne? Ich habe bloß 1200 Punkte zu vergeben. Ja... Ja. Also es ist möglich, dass die keiner mehr gelernt hat, weil... Ist ja jetzt eine neue Mod. Ja, ja. Bin... Bin gerade am suchen, wo sie ist. Gates-Mitty, so. 50 Punkte! Hey! Hat sich mal gelohnt. Das Schwein ist ganz schön fett worden. Ich wollte gerade sagen, der ist jetzt kugelrund, der Coach. Ja, ja. Supi. Gleich soweit, ne? Ja, bald. Muss die Gates-Messie noch, oder? Na ja, komm, ich baue die noch schnell. Beeren habe ich, also von daher, ich kann das kleine... Kannst das kleine übernehmen. Ich will ja unbedingt gucken, wer die Eltern sind dann. Da bin ich auch neugierig drauf. Das ist schon wichtig. Ja. So, Gates-Mitty. Da brauchen wir Setsch für, das weiß ich noch, aber sonst weiß ich irgendwie nix mehr. Ähm... Und genau Setsch braucht man nicht. Okay. Also... Hast du das gelernt? Ja, ich habe sie gelernt. Okay. Ich muss nur wissen, wo Stone ist. Wo haben wir das? Auf dem Schiff. Ach. Wahrscheinlich in der Steinkiste. Du konntest das auch mit der Pull-Funktion probieren. Ich... Ich finde nur keine Steinkiste mehr, ehrlich gesagt. Hier unten ist das Stein? Ne, das ist Chitin. Der Stein müsste schon hier drüben sein. Ich glaube, die Kiste hat irgendwie die Farbe verloren. Ja, eben. Ach, da, da habe ich Stein. Hier ist Stein. Ich bin der mittleren. Unten. Jetzt brauche ich noch Holz. Ja, komm Coach. Bibi-Hoff. Zack. Bibi-Hoff. Coachi-Linde. Haha, Coachi-Linde. Und... Zack! Und Zack! Ja, bitteschön... So, bitteschön! Und... ich brauche doch bestimmt was feines was man schauen wie wäre es denn mit so und so eile ja so dringend ist noch nicht doch dann ist ja gut dann habe ich ja noch zeit für was für was dann hat sich an deinen hahn schon vergangen ich sehe es ja das ist ja schon wenn also dich fragt ob du dich mit ich schon hast na toll was glaubst du weg da und wegen bist geschert nein da ist was rausgekommen guck mal dabei wir haben ein neues weibliche schweinchen hat aber keine mutation bekommen ich habe auch noch keine kreis mutter hat noch auf wandern habe ich eigentlich abgedreht aber warte so jetzt wieder aufhören verschwind mit deiner schere du hast mir für eine frisur gegeben xa warte mal gucken wo habe ich mein haar wachstum habe ich das noch irgendwo genau und jetzt schon her wo ist es wieder wie vorher ja passt ja weg mit deiner schere schaust du mal nach den eiern nicht dass die schon ausschlüpfen die schlüpfen nicht keine angst xa könntest du mal bolan hier will was nicht geschert werden oder brauchst du gerade schon ich habe schon ein bisschen eigentlich sagen so da nur noch jeder kleine hat hunger du du kommst deiner pflicht nicht nach was heißt meiner pflicht dann bin ich auch noch so so gnädig eigentlich zu meine schere ist kaputt gegangen dabei ja noch eine schöne farbe ja ja wir wollen noch mal was anderes vergess das baby nicht ich bin da irgendwie gefesselt ich kann ja gar nicht weg aber das ist terrizino ab und zu wünscht man sich das ist baryonix der terrizino es geht schneller als der als der baryonix dabei sind die höher levelig deutlich höher levelig der terrizino geht deutlich schneller das wird gut ich nehme das mal warte mal ich muss mal wissen weiter hier vorne mal schauen wie lange das wie weit das reicht